so dann 500 kilo bombe kann ich aber ein gar doch wieder nicht mitnehmen so benutzen wir mal ein paar 99 spielzeuge guck mal ob dies bringen es hat sich aus wenn man mit seiner waffe umgehen kann deine schüsse können von ein ziel abbreiten und sogar auf den truppe reflektiert werden sehr schlampig noch eine sache acht minuten rücksturz da müssen wir auch glaube ich kann ich dir mit dem ding erledigen ich glaube ich kann ich kann aber nicht mit meiner korsak also er wird dann im fein wieso wenn ich getroffen werde schwimme ich irgendwie in dem boden natürlich schwimmen trinken also daneben getroffen ich habe getroffen fall um irgendwie dann tue ich irgendwie von dem boden irgendwie wieder so so hoch tauchen ist mir klar ich glaube ich ja dann noch mal wenn ihr den boden auf einmal unsere missionen da hinten verstört erreicht was wir müssen eine taktik ausrüstung rufen aber genau hier ist das warte ich kann noch ich kann aber rufen oder auch nicht ich habe schon drei vier mal geworfen aber ich glaube wir müssen erst zum starten da ich habe doch getroffen ich habe schon zwei dreimal geworfen aber ist nicht gespawnt ja ja ich habe gerade geworfen dann schießt noch einer ja genau über mir unter mir das schiff auf mich runtergefallen ich nehme an dass ein terminal irgendwo jetzt habe ich auch beim ersten mal ist klar einfach nicht vorbei geht auf mich los wir gehen wir gehen die ressourcen der leiter ausgleich ich habe die fabrik gemacht ich muss ja nachschub platzieren das war merkwürdig vorräte so das schiff da ist gar den boden verschwunden dass ich vorhin gequält habe er sehr merkwürdig aus der markierten werfer meinser club ich weiß nicht wie für schaden aber wenn man schießt ob ich gerade so wie damit nehmen wir kreieren müssen wir müssen noch bürger evakuieren muss ich sagen hier war das erste nämlich da war es längst na ok eingeschossen triebwerk ich habe eine mine eingerannt ja schon mal gutes zeichen wir gehen wir die wissenschaft fabrik mit den fabriken dann treffe es von vorne ich sehe schon gar nicht zwingend im licht aber die leute ich verziehe mich weil ich mir meinen eigenen raketenwerfer gegen den schießen er hat er mich natürlich getroffen ich gerade voller mann visieren bei spritzen ich meine sachen erst mal wieder kann ich machen kann ich das aber ich muss auch irgendwann proben aber ich jetzt mal ich will erstmal die gegner erleben meine sachen nachladen bin und noch eine kugel und noch eine kugel und noch die wir haben hier hier die 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 das schiff versinkt in dem boden ja wir sind wir auf dem weg uns hier sein halt das ist ich habe die beiden wickelt schossen mit schrutt so müssen wir ja machen gebäude gebäude kaputt machen bürger aus dem weg der versteckt sich genau hinter dem schilder sack ich bin gerade hier umgekommen der schießt schon direkt verstärkung das wird sogar auf die drauf landen und die töten kassen bier democracy drafts nicht geeignet für verräter der demokratie die kommunikation vielleicht da wo ich da noch gar nicht 300 meter wenn man zum blinden am gegner noch anlöchern bekommst du da ist immer wieder blöde leute hier evakuieren dafür wieder ein spaß guten tag wer bist du da hinten das mit sicherheiten halt ja dann kann ich kann die mannschaften ausgezeichnet glaube ich genau getroffen ich habe den einen fußsoldaten der sich der auf einmal da vorne aufgetaucht getroffen sondern müsste ich beschütze sie da ist ja kein schiff alles klar allein habe deine anscheinend vorbeifliegen geschenk aber ich habe den schon einmal angekündigt er dürfte das gar nicht überleben naja laulich oh mein gott endlich war ich habe wieder wert ok steht also perfekter hat aber ich habe noch drei raketen das ist ja noch gut zeit für die party leute so sind diese blöden bürger ich habe natürlich zum öffnen schon mal gefunden ja bist du noch einer nein jetzt kannst du die freilassen freilassen bewegt euch bewegt euch ich habe eine reingehaut also bewegt nahkampf annehmen wenn man mit der pistole aussicht da kann da ganz oben sind wir gelandet da sind wir da oben gelandet warum die haben die da gedroppt ja ich glaube die ganze bei meiner türe ich habe jetzt wieder ich habe wieder vier raketen ich glaube wenn ich munition einsammeln dann bekomme ich die auch zurück ich dachte ich muss halt immer wieder neues bauen dann ich weiß ich doch nicht wie diese starken waffen funktionieren da habe ich meine letzte ladung geöffnet persönliches geht der eingefrorene bildschirm zeigt eine motivierende erinnerung an dem wert unermüdlicher arbeit das war auch mir sie haben die freiheit verteidigt kehren sie jetzt zurück da ist die munition einsammelt ich bekomme aber glaube ich mal noch eine rakete also eigentlich schon genug da haben wir eine große fabrik da ist zeit für schmerzen ja bitte sagt mich kann geschützt um auch damit mit einem schlag weg pusten von nebenden wahrscheinlich wenn hinten ja ja oh gott leute ja ja das tun wir ich habe mich beinahe bei den haufen geschossen wir müssen da lang aber irgendwie sind die fabrik also ja stimmt also eigentlich sogar wohinge gehen wir haben wir noch zeit 15 minuten ich weiß nicht ob ich damit die fensterchen hier treffe wahrscheinlich die fensterchen wieder genau treffen naja was meine leute hier da ist eine so genau muss ich glaube ich nicht treffen habe ich eine neue liebe gefunden da ganz hinten habe ich nicht getroffen habe ich daneben geschossen er auf der entfernung aber die leute okay okay gut oh ich habe mich nicht ich habe dich er ist ich bin ich bin ok oder es wäre dann stellte nein eine kentensäge ist auch weg es hat keine lust nein erlebt noch vor der dinge dagegen geschossen ja ich sehe auch von woher kommt ich bin auch genau ich komme nicht ich bin gerade in der ganz beschissenen situation schade sein können okay mit dem raketen verkehrt ding nicht kaputt ich versuche hier zu nehmen hinzugehen damit man wieder dinge waren könnte erst mal kaputt machen dann kann man auch wieder weit machen ja ich bin so gut wie Tode wir machen und keine Spritzen kein Diver ist zurück in den 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 ja ich habe auch keine spritzen also ja ich habe keine munition mehr das ist der problem lass mal kurz hier raus rennen das ist schon wieder Zeitverschwendung ey ich hasse da wer ist der Vorsatzbarke das ist nämlich nix mehr dann ist es noch keine Zeitverschuldung da kommt wieder einer sehr nah nach hier mein angriff war ja sehr gut verstärkung da war das natürlich ein schild typ da ich habe noch eine probe gehabt aber dadurch kommen da warte wo sei ja die demokratie ist gelandet das ist noch mal nicht da rein wir okay irgendwie stecken wir da fest das sind wieder über die so viele raketen von sich da gibt es gar nicht das sind hier drei stück schon wieder gesehen und von hinten kommt es hat ein halk ne 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 da wer bin habe ich denn die leute science hier aber ich wollte der kaputt machen aber nein da ist wieder einer mit schild und maschinen gewählte da ist jeder lieber nicht raus da ist einer mit schild genau der aber ich wollte gerade auf ich habe irgendwie drauf machen hinter uns sind hinter uns den ding ich mich da habe ich auch keine emotionen cool naja warten ja hinter uns können wir auch nicht als ein halt gewesen ein pk von bekommen ja aktiviert ja ein feuerwerk ha 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 wir versuchen ja mit unseren dingern ja schon bereit wir sind doch alle ja ich mache machen schau dafür ja nachladen und Oh In the notar We're that I got to know what I did not ich kann mich um die gegner drei minuten aber ein rückschuss gewehr auch mein ding muss ja auch noch einsammeln mein mann rucksack wo ist jetzt mein ding darf man rucksack nur so neues waren so da ist noch eine ganz große fabrik aber ich glaube nicht dass weiter schaffen in der zeit in zwei minuten was das hier ist ein gar doch aber sehr sehr folge dem blauen licht also ich habe da bei deinem platziert aber das löse der drückstoß gewährte wie die kombination davon durch voll verwirren nachschub irgendwo mein neues geschützt bist du da noch ja ich komme ich habe da noch alles jetzt reingeworfen weil ich habe irgendwie nicht geschaffen wir wissen da gewesen ich habe dann schon problem ich war mir so nirgendwo was war das schon was du ich habe nicht gedauern das leben eben paketen typ du ja mann hat hier das stärkste man schon richtig aber da ist ein halb ist klar gerade jetzt ich hatte nur eine also also wenn ich jetzt weggerannt wäre ich habe nur eine gehabt anscheinend ich hoffe ich drauf stampfen kann erst mal so wir haben noch ein level abbekommen ja 20 reichen ich glaube das ist ja level 20 den 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 ich bin auch ganz